Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema des Nationalsozialismus an. Viel Spaß beim Video. Die Anpassung an das nationalsozialistische Regime war ein weitverbreitetes Phänomen, das die Lebensrealität vieler Deutscher in der Zeit von 1933 bis 1945 prägte. Diese Anpassung zeigte sich auf vielfältige Weise, von alltäglichen Verhaltensweisen bis hin zu weitreichenden Veränderungen in Beruf und Gesellschaft. Die Motive für diese Anpassung waren komplex und reichten von Angst vor Repressionen über opportunistische Beweggründe bis hin zu einer tatsächlichen Akzeptanz der nationalsozialistischen Ideologie. Im Alltag der Menschen nahm die Anpassung häufig subtile, aber bedeutsame Formen an. Viele Deutsche passten ihr Verhalten an, um nicht negativ aufzufallen und um sich der Kontrolle und dem sozialen Druck, den das Regime ausübte, zu entziehen. Dies begann BI der täglichen Begrüßung mit dem Hitlergruß, der nicht nur ein Zeichen der Loyalität zum Regime war, sondern auch als sozialer Indikator diente, um Zugehörigkeit oder Abweichung zu markieren. Wer den Hitlergruß verweigerte, setzte sich dem Risiko aus, von Nachbarn, Kollegen oder sogar Fremden denunziert zu werden, was zu schwerwiegenden Konsequenzen wie sozialer Ausgrenzung oder Repressionen führen konnte. Die Anpassung zeigte sich auch in der Teilnahme an staatlich organisierten Veranstaltungen und Feierlichkeiten, die das Regime nutzte, um seine Ideologie zu verbreiten und die Bevölkerung zu mobilisieren. Massenkundgebungen wie die Reichsparteitage in Nürnberg oder der Tag der nationalen Arbeit wurden zu öffentlichen Demonstrationen der Einheit und Stärke der Volksgemeinschaft. Für viele Menschen war die Teilnahme an solchen Veranstaltungen weniger eine Frage der Überzeugung als vielmehr eine Notwendigkeit, um ihre Zugehörigkeit zur Gemeinschaft zu zeigen und Repressionen zu vermeiden. Im Berufsleben war die Anpassung noch weitreichender. Lehrer, Beamte und andere Staatsbedienstete waren besonders stark betroffen, da ihre berufliche Existenz von der Loyalität zum Regime abhing. Lehrer mussten beispielsweise den Lehrplänen folgen, die im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie umgestaltet worden waren. Dies bedeutete, dass sie rassistische Theorien und den Führerkult in ihren Unterricht integrieren mussten, unabhängig davon, ob sie persönlich daran glaubten oder nicht. Für viele war dies ein schwieriger Balanceakt zwischen beruflicher Pflicht und moralischen Bedenken. Wer sich jedoch weigerte, die Vorgaben des Regimes umzusetzen, riskierte den Verlust seiner Stellung, gesellschaftliche Ächtung und schlimmstenfalls Verhaftung oder Schlimmeres. Die Anpassung betraf auch andere Bereiche des Berufslebens, insbesondere in der Wissenschaft und Industrie. Wissenschaftler und Ingenieure, die mit dem Regime kooperierten, konnten erhebliche Vorteile genießen, darunter staatliche Förderungen und Zugang zu Ressourcen, die in anderen Ländern oft nicht verfügbar waren. Dies führte dazu, dass viele Fachleute ihre Arbeit an den Zielen des Regimes ausrichteten und sich an der Entwicklung von Technologien beteiligten, die für die Kriegsführung entscheidend waren. In der Medizin führte diese Anpassung zu schweren Menschenrechtsverletzungen wie den grausamen Experimenten, die an KZ-Häftlingen durchgeführt wurden. Doch nicht nur die berufliche Anpassung spielte eine Rolle, auch das private Leben war stark von den Erwartungen und Anforderungen des Regimes geprägt. Die nationalsozialistische Ideologie griff tief in das Familienleben ein, insbesondere durch die Erziehung der Kinder. Eltern standen unter starkem Druck, ihre Kinder in die Hitlerjugend oder den Bund Deutscher Mädel zu schicken, wo sie im Sinne der NS-Ideologie indoktriniert wurden. Wer seine Kinder nicht in diese Organisationen eintrat, riskierte, als politisch unzuverlässig zu gelten und das Wohl seiner Familie zu gefährden. Die Erziehung im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie wurde somit nicht nur in der Schule, sondern auch im familiären Umfeld durchgesetzt, wodurch die Anpassung an das Regime zur Norm wurde. Eine besondere Form der Anpassung zeigte sich auch in der Denunziation. In einer Gesellschaft, die von Angst und Misstrauen geprägt war, wurde das Denunziationswesen zu einem mächtigen Instrument des Regimes. Viele Menschen zeigten ihre Nachbarn, Kollegen oder sogar Familienmitglieder an, um eigene Vorteile zu erlangen, sich von Verdächtigungen zu befreien oder einfach, um in den Augen des Regimes als loyal zu gelten. Diese Praxis verstärkte das Klima der Angst und trug zur Entsolidarisierung der Gesellschaft BI, da jeder als potenzieller Denunziant betrachtet werden konnte. Trotz der weit verbreiteten Anpassung gab es auch Formen des passiven Widerstands, die oft im Verborgenen blieben. Menschen, die die Ideologie des Regimes ablehnten, versuchten, im kleinen Zeichen des Widerstands zu setzen, indem sie beispielsweise jüdischen Nachbarn halfen, regimekritische Witze erzählten oder sich heimlich Informationen ausländischer Radiosender anhörten. Diese Formen des passiven Widerstands waren jedoch riskant und konnten bei Entdeckung zu schweren Konsequenzen führen. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Geschichte. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Der Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime in Deutschland war eine mutige und gefährliche Unternehmung, die von verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen getragen wurde. Diese Widerstandsbewegungen waren Ausdruck von moralischer Empörung, politischer Überzeugung und dem tiefen Wunsch, die nationalsozialistische Diktatur zu stürzen. Trotz der unterschiedlichen Motive und Methoden war der Widerstand gegen das Regime vereint in seiner Ablehnung der totalitären Ideologie und der brutalen Repression, die das nationalsozialistische Deutschland charakterisierte. Eine der bekanntesten und symbolträchtigsten Gruppen des zivilen Widerstands war die Weiße Rose, eine studentische Bewegung, die in München ihren Ursprung hatte. Unter der Führung von Hans und Sophie Scholl sowie anderen mutigen Studenten und Professoren verbreitete die Weiße Rose zwischen 1942 und 1943 Flugblätter, die zum passiven Widerstand gegen das Regime aufriefen. Die Mitglieder der Weißen Rose prangerten die Verbrechen des Nationalsozialismus an, insbesondere die systematische Vernichtung der Juden und appellierten an das Gewissen der deutschen Bevölkerung, sich gegen das Unrecht zu erheben. Ihre Flugblätter wurden heimlich gedruckt und in ganz Deutschland verteilt, was unter den Bedingungen der allgegenwärtigen Überwachung und des Terrors ein Akt äußerster Tapferkeit war. Die Weiße Rose wurde schließlich verraten, ihre führenden Mitglieder verhaftet, vor dem Volksgerichtshof angeklagt und hingerichtet. Ihr Vermächtnis lebt jedoch weiter als ein leuchtendes Beispiel für moralischen Widerstand und Zivilcourage. Ein weiteres bedeutendes Beispiel für den Widerstand gegen das NS-Regime war das Attentat vom 20. Juli 1944, bei dem eine Gruppe von Militärs und Zivilisten um Klaus Schenk Graf von Stauffenberg versuchte, Adolf Hitler zu töten und das Regime zu stürzen. Diese Gruppe, die aus hochrangigen Offizieren und Mitgliedern der zivilen Elite bestand, erkannte die katastrophalen Folgen von Hitlers Kriegspolitik und sah in seinem Tod die einzige Möglichkeit, Deutschland vor der totalen Zerstörung zu retten. Das Attentat scheiterte jedoch, da die Bombe, die von Stauffenberg in Hitlers Hauptquartier platziert wurde, den Diktator nicht tötete. In der Folge wurden die Verschwörer schnell identifiziert, verhaftet und hingerichtet. Das Scheitern des Attentats verdeutlichte die Macht und die Brutalität des nationalsozialistischen Sicherheitsapparats, der jeglichen Versuch, das Regime zu destabilisieren, rücksichtslos zerschlug. Neben diesen prominenten Beispielen gab es zahlreiche weniger bekannte, aber nicht minder wichtige Formen des Widerstands. Viele Menschen leisteten passiven Widerstand, indem sie sich weigerten, den Hitlergruß zu zeigen, nationalsozialistische Organisationen zu unterstützen oder an Propaganda-Veranstaltungen teilzunehmen. Andere nutzten ihre beruflichen Positionen, um das Regime zu sabotieren, etwa indem sie Produktionsabläufe in Rüstungsfabriken störten oder wichtige Informationen an alliierte Mächte weitergaben. Solche Formen des stillen Widerstands waren zwar oft schwer nachzuweisen, trugen aber dennoch dazu BI, das Regime zu schwächen und die Unterstützung in der Bevölkerung zu untergraben. Auch der kirchliche Widerstand spielte eine wichtige Rolle im Kampf gegen das nationalsozialistische Regime. Besonders hervorzuheben ist hier die bekennende Kirche, eine Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche, die sich gegen die Gleichschaltung und die Unterwerfung der Kirchen unter die nationalsozialistische Ideologie stellte. Führende Persönlichkeiten wie Martin Niemöller und Dietrich Bonhoeffer sprachen sich offen gegen das Regime aus und kritisierten die Verfolgung der Juden sowie die Unterdrückung politischer und religiöser Freiheiten. Bonhoeffer, der sich auch aktiv an Widerstandsaktionen beteiligte und an den Plänen zur Ermordung Hitlers mitwirkte, wurde verhaftet und kurz vor Kriegsende im KZ Flossenbürg hingerichtet. Sein Leben und Werk sind bis heute ein Symbol für den christlichen Widerstand gegen das Unrecht und die Pflicht, gegen jede Form von Tyrannei einzutreten. Der Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime war jedoch nicht nur auf organisierte Gruppen beschränkt. Viele Einzelpersonen leisteten in ihrem Alltag Widerstand, indem sie verfolgten Juden halfen, verbotene Informationen verbreiteten oder durch kleine Akte der Sabotage ihren Unmut gegen das Regime zum Ausdruck brachten. Diese individuellen Widerstandsakte waren oft nicht spektakulär und blieben im Verborgenen, doch sie zeugten von einem tiefen moralischen und politischen Engagement und von dem Willen, das Unrecht nicht schweigend hinzunehmen. Die unterschiedlichen Formen des Widerstands gegen das NS-Regime verdeutlichen, dass es in Deutschland während der nationalsozialistischen Herrschaft Menschen gab, die sich dem Terror und der Unterdrückung widersetzten. Trotz der enormen Risiken und der oft tödlichen Konsequenzen fanden diese Menschen den Mut, sich gegen die Diktatur zu stellen und für Gerechtigkeit und Menschenwürde einzutreten. Ihr Widerstand war zwar zahlenmäßig klein und konnte das Regime nicht zu Fall bringen, doch er zeigte, dass es auch in den dunkelsten Zeiten möglich ist, für das Richtige einzutreten. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn Du Dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir Dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst Du Dein Wissen vertiefen und Dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass Du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOMEB deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft Dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher Dir noch heute Dein Exemplar. Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und Dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.